Jo, dann geht's nochmal auf Mittag, und zwar Cetris 99. Und in Windows Switch hier spiele ich gegen 98 Gegner, weltweit. Ja, dann geht's zur Sache. Ich hab's schon auf Platz 3 oder 2 mal geschafft. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Das ist ziemlich gemein, weil der eine schiebt den anderen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt wollen, oder? Der eine schiebt seine gelösten Reihen dem anderen zu, um den zu erschweren. Und dann kommt von unten so... Dann kommen die Reihen nach oben. Und dann muss alles damit klarkommen. Und kein normales D-D-D. Oh, oh, siehst du? Wenn wir einer hier reinzuschieben, dann geht's nicht mehr. Ach, ein guter Scheiß, was da ist gewesen. Ei, ei, ja, okay. Schwierige Gegner unterwegs hier. Ja, was soll ich jetzt damit, ey? Ja, ist aber gemein jetzt, ey. Ich wollte euch mal zeigen. Und kackt völlig ab. Und kackt total ab. Und kackt total ab. Nein. Nein. Aber jetzt... Ich hab sie gesehen, wie gemein das war auch, ne? Was? Dann machst du nix? Das war total gemein, ey. Dann machst du nix? Was? Ich mach den Kot rein, alle weg. Und ein bisschen anrollen. Ja, komm doch wieder. Ja, komm doch wieder. Das ist ein Brauchgepick, ey. Wir lange nicht raus, er kommt da, weißte? Musik 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 Aber jetzt kommen wir mal ein paar an, oder? Jetzt gibt es die Bande jetzt Musik 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 So 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 Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es wird aber hier eklig. Eieieiei. Uuuuuh. Da ist das. Eieieie. Was? Habt ihr eigentlich gesehen? 126. Ein bisschen schwerer Gegner unterwegs, Leute. Uuuuh. Ja, das ist ein Glückslacher. Habt ihr gesehen, wie er umgeschoben wird? Wie ein Punkt, Punkt, Punkt. Wollen, machen, tun. Ab der 27 von 99 war nicht schlecht, ne? Für Weltrangwürste. Ne? Ihr könnt jetzt doch zwei-, dreimal spielen. Dann bin ich bestimmt auf der 12, dann auf 3, dann auf 6 und dann wieder auf 47. Ne? Von daher. So, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Tag. Wir sehen uns zweitag wieder auf jeden Fall, ne? Ciao, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Dies. Wie? Auf dieälange nach. ali. Halen. Vielen Dank.